So, hier ist, ähm, 20. Piss und Geräte. Ach ja, hier ist von den Tieren. Hier sind, ähm, Blöcke und Gewächse. Und hier ist noch gar nichts drin. Kapitän, die nehme ich mal mit wieder. Setzlinge, tue ich hier rein. Muster und hier könnten wir eigentlich für die Copiestons das nehmen. Oder? Oder wir machen für die Blöcke was anderes. Ne, ich mach das mal wieder weg. Das mache ich mal nur Gewächse. Und hier, Blöcke. Oh, Mensch. Ich merke es mir aber auch nicht. Kann man machen was man will. Tun wir die erstmal rein, die braucht man jetzt nicht. Den Mosenstein, den kann ich da noch weg machen, damit wir mehr haben. Sand, Kies und Lehm nehme ich auch mit. Kann man nämlich hier das mal ein bisschen anders anordnen. Dann, die Samen. Die Samen. Ich glaube, es ist natürlich da hin. Gut, dann machen wir hier den Kies und den Sand erst mal hin. Die Samen. Die Lehm. Dann die Erde. Dann die Erde. Aber nehme ich auch mal ein bisschen Platz mit deinem Inventor. Die lasse ich mal hier. Hier. So. Scharfe Schwert. Dann noch das Zeug. Ne. Ne, hier war es nicht. Ne. Das Ei noch. Ne. Hier das. So, den Kompass kann man jetzt eigentlich auch hier rein tun. Den braucht man erstmal nicht mehr. So. Ne, das haben die schon wieder. Das gibt es doch nicht. Dass hier die ganzen Löcher an der Erde gibt, ist auch ganz schön. Naja. So, ja, ja. Ich war... Jetzt ist mein Kopfding ist kaputt gegangen. Vorhin waren die noch wie neu oder neu. Und jetzt ist es schon wieder weg. Fast. Wenn wir das mal reichen. Jetzt müsste ich erstmal gucken, bis wohin das jetzt ging. Bis wohin das auch halten würde. Gut, hier fließt es nicht drüber, also könnten wir das theoretisch nur bis hier machen. Ach, hier kommt man dann nicht hoch. Hm. Hm. Das ist jetzt immer noch das... Das Spawner. Hm. Da noch was. Und wenn dann die Zombies und alle sterben... Ne, warte mal, ich mach das mal so jetzt. Ja, gut, da kann ich nämlich dann auch immer hier rein und dann wieder raus. So. Da brauche ich hier eigentlich auch... Ach so, ja, hm. Da müsste ich hier also jetzt Steine hinmachen. Da muss ich mir dann erst mal braten. Ach, ein Baum. Na super. So, für hier mach ich mir jetzt nochmal Leitern. Na toll. Aber erst mal koche ich mir den Stein. Da brauchen wir vier, gell? Hm. Haben wir einen und den zweiten... Na, das schafft er nicht mehr. Wusste ich's doch. So. So. Sechs Ladern dürften reichen. Hier hat man das Eisenerbstschirm und mach ich mal zwei hin. Und hier auch noch. So. Ich komm gleich wieder. Ich mach jetzt erst mal die Ladern da rein. Na gut, ob sechs Ladern reichen, weiß ich jetzt auch noch nicht. Hm. Hm. Und wir sehen, sie reichen nicht. Hm. Der Baum müsste hier erst mal weg. So. Mach ich den hier auch nochmal weg. Ich hol mir erst mal wieder das Zeug und setze es da unten hin. So. Jetzt hatte ich aber auch vor, hier oben unser Hotel mal auszubauen. Dazu müsste... bräuchte ich Bücher. Ich will nämlich da oben so Bibliotheken machen. Ich hol erst mal den Copiestone, damit ich mal hier was testen kann. So. Also hier ist die Mitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hm. Das müsste jetzt... Sieben war dann... Ach, hier müsste die Mitte sein. Hm. 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 Ja, stimmt. Und da möchte ich nämlich hier klar eine Bibliotheken machen. Das hätte ich mir dann folgendermaßen vorgestellt. Ich mach hier mal das weg wegen den Fenstern. Ach, mir ist runtergefallen. Oder... Nee, nee, nee. Hier noch einer hin. Hm. Hier natürlich auch die Mitte. Das wäre eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs... Hier. Sieht aber nicht. Doch, doch. Das wäre dann hier. Bis hier hin würde das gehen dann. So, noch einen. So, noch einen. Der fällt natürlich auch wieder runter. So. So. Hier könnte ich vielleicht auch noch einen Raum machen. Ich weiß es noch nicht. Ich will mein Bett auch dann hier hoch tun und nicht da unten. Das gefällt mir nämlich nicht, dass das da so mitten im Raum steht. Hm. Und hier würde ich dann gerne noch wie so ein Wohnzimmer hinmachen. Ach, das sind jetzt zwei. Hm. Ich mach jetzt mal folgendes. Oder? Nee, nee, nee. Ich mach mal so hier. Genau, sieht gut aus. Und hier auch noch. Hier kommt ja dann genug Licht rein. So, ich mach erst mal das Bett hier weg. Hm. Das stell ich jetzt einfach erst mal hier hin. Hier mach ich nochmal kurz ein Fenster hin. Nee, das sieht doch nicht gut aus. Das tue ich jetzt mal da hin. Das sieht schon besser aus. Oh, nee. Hm. So, wir machen es so hier. Genau, so sieht es besser aus. So, dann würde ich gern folgendes machen. Und... Nee, das geht hier nicht. Das... Das... Hier... Also hier kann man leider keine Fenster rein machen. Wegen unserem... Wegen unseren, ähm... Wegen unseren Bücherregalen würde ich dann gerne hier so dazwischen machen. Eigentlich könnte man das da lassen sogar. Hmm... Hier würde ich dann... Ich weiß jetzt nicht, glaube ich hatte schon gesagt, wie sie ein Wohnzimmer machen. Da brauche ich aber mehr Holz auf jeden Fall. Soll ich mir mal eben. mit dir mal eben etwas tapes beinen. Och, das ist mir besser aus. Ahhh... So, langsam müssen wir auch mal wieder neue Bäume hier pflanzen. Ich tue die drei Setzlinge schon mal hierher. Ach, und da ist ein Apfel. Ich stehe ihn auch noch. Da hin. So, und hier noch einen. So, und hier. So, und hier.